Dein Geld, Deine Verantwortung mit Sven Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und wir schauen uns heute mal gemeinschaftlich die Firma Apple an. Und zwar geht es heute so ein bisschen ja detaillierter mal darum, was denn die Zukunftsaussichten für die Firma sind und auch wo man heute aktuell eben in verschiedenen Bereichen steht, aber auch natürlich Unternehmenskennzahlen, die wir uns jetzt gleich gemeinschaftlich anschauen werden. Apple heute und Zukunft. Wir gucken uns gleich mal eben an, was denn ja heute für Apple wichtig ist und wie es denn generell zukünftig aussehen wird. Wichtig, Apple ist im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung unterwegs. Der Hauptsitz ist in Cupertino, Kalifornien in den Vereinigten Staaten. Hier sehen wir einmal die Entwicklung der Aktie in den letzten Jahren wirklich phänomenal und auch hier nochmal der Disclaimer. Ich bin selbst sehr stark in Apple investiert. Das ist meine größte Position im Portfolio. Ich habe dort seit 2017 einen Aktiensparplan laufen, der auch noch heute läuft. Die Marktkapitalisierung haben wir hier bei 1,9 Billionen Euro. Kurz was zur Dividende. Man zahlt seit 8 Jahren Dividende, man steigert die Dividende seit 8 Jahren und zwar durchschnittlich mit einer Steigerung von 9,5%. Die Payout Ratio ist mit 22% sehr niedrig. Die aktuelle Dividendenrendite mit 0,6% leider auch. Wenn wir uns angucken, Umsatz in Milliarden US-Dollar sieht man auch hier, man steigt langsam, aber sicher. Man muss aber auch immer überlegen, wie viel Geld ist das denn bitte eigentlich? Über 250 Milliarden Euro Umsatz ist schon echt eine riesige Hausnummer. Rechts sehen wir die verschiedenen Geschäftsbereiche und ich glaube, da wird auch sehr, sehr deutlich, wenn man sich das anschaut. In blau das iPhone nimmt von Jahr zu Jahr ab, was die Umsätze betrifft, was ja sehr, sehr positiv ist. Das sind ja nicht die absoluten Umsätze, sondern die Verteilung der Umsätze. iTunes Software & Services nimmt von Jahr zu Jahr immer mehr zu, was sehr, sehr gut ist, weil man dort natürlich auch sehr, sehr gute Margen hat. Wearables, Home, Zubehör in grün nimmt auch leicht zu. Genauso Mac ist jetzt in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen kleiner geworden und iPad, das letzte in dunkelblau, ist tendenziell stabil. Wenn wir uns die Gewinne der letzten Jahre angucken, auch hier knapp 60 Milliarden US-Dollar, zwischen 55 und 60 Milliarden US-Dollar ist das, was man jetzt in den letzten drei Jahren geliefert hat, was auch echt unfassbar krass ist. Und was mich persönlich ja auch immer sehr interessiert, wo verdienen die ihr Geld? Ja, und das ist ein großer Anteil, ist Amerika, ganz klar, Europa ist noch groß, China, auch eine schöne Verteilung, Japan und dann Rest of Asia Pacific. Also man kann schon sagen, man ist da ganz gut aufgestellt, auch wenn der Hauptteil, ungefähr die Hälfte der Umsätze, ein bisschen weniger aus den Vereinigten Staaten kommt. Jetzt gucken wir uns gemeinschaftlich die Zukunft von Apple an. Und zwar ein Bereich ist ganz klar Healthcare. Ja, und wenn man sich auf der Webseite von Apple so ein bisschen damit beschäftigt, wird man feststellen oder auch verschiedene Dinge lesen. Ich habe euch ein, zwei Sachen mal mitgebracht. The result is care that becomes more efficient, more personalized and ultimately more human. Also man möchte hier versuchen, gerade auch in Krankenhäusern und generell alles, was in diesem Bereich Healthcare liegt, den Leuten vereinfachte Tools an die Hand zu geben, um Dinge besser zu managen. Und es geht aus meiner Perspektive darum, das gesamte Leben zu begleiten und auch eben zu erleichtern. Ja, es gibt jetzt schon ein, zwei Patente, die angemeldet worden sind, dass es irgendwann zukünftig einen Apple Healthcare Coach geben könnte oder geben wird, der dich dann ja durch dein Leben begleitet, der dir sagt, ja, anhand der Apple Watch, die du anhast, merken wir oder merke ich, du solltest jetzt mal langsam wieder anfangen, was zu essen oder du solltest wieder was trinken. Und dieser Healthcare Coach wird dich dann zukünftig darauf aufmerksam machen. Bei der neuen Apple Watch Series 7 gibt es angeblich ja die Möglichkeit, halt Glucose zu bestimmen und man hat eben dort auch Patente rund um das Thema Diabetes Management, wo man dann auch, geht auch wieder in die ganz starke Richtung, okay, wie kann ich den Menschen im Alltag eben unterstützen. Und darüber hinaus ist es so, dass man jetzt in Amerika auch schon mit den ersten Krankenhäusern zusammenarbeitet, um da eben zu schauen, ja, wie kann man das Ganze eben dort mit den verschiedenen Geräten von Apple, mit den verschiedenen Applikationen mehr in den Fokus rücken und eben zum einen das Leben der Patienten erleichtern, aber zum anderen natürlich auch das Leben der ganzen Krankenhausangestellten, sei es Doktoren oder eben auch Helferinnen und Stationsmitarbeitern. Rechts sieht man auch nochmal die verschiedenen Bereiche, die sie so ein bisschen haben, wo es auch verschiedene Apps zu gibt. Einmal Clinical Care, Nursing Care, Patient, also Patientenerfahrung, Care at Home und Medical Research. Das sind so die verschiedenen Bereiche, auf die man sich da fokussiert. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal zumindest einen kleinen Teil an von dem einen Video. So, und er sagt jetzt dann auch gleich noch, ja, sie haben sich eben strategisch dazu entschieden, das wirklich komplett zu nutzen. Die Apple-Device, das Apple-Software, was sehr, sehr spannend ist, natürlich weiß man nicht, ja, sowas ist auch sehr kostenspielig, wie sehr ist das dann auch in allen Kliniken auf dieser Welt umsetzbar und so weiter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es zukünftig ein Qualitätsmerkmal sein könnte, ob eine Klinik eben so ausgestattet ist oder eben nicht ausgestattet ist und es da zukünftig auch deutliche Unterschiede geben kann. Und wenn man das selber kennt, teilweise in Deutschland heute ja so, dann kriegt man irgendwie seine Patientenakte in den Arm gedrückt und sagt, ja, viel Spaß zum Hausarzt und so weiter. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das zukünftig alles digitalisiert funktioniert und man muss ja fairerweise auch sagen, die Apple-Geräte funktionieren ja wunderbar miteinander in der Konnektivität, im Verbinden von Dokumenten, auch von iPhone zum iPad oder dann auch zum MacBook und so weiter. Und ich denke, das wird da nochmal einen sehr, sehr großen Fortschritt geben. Damit kann man verschiedene Dinge ja auch wunderbar organisieren. Also ich kann mir, wie ich schon gesagt habe, sehr gut vorstellen, dass es irgendwann mal auch ein Qualitätsstandard oder ein Qualitätsmerkmal sein könnte, ob eine Klinik eben mit Produkten von Apple ausgerüstet ist oder eben nicht. Jetzt schauen wir uns das ganze Thema Elektromobilität an und ob Apple wirklich Autos bauen will. Und ich bin mir da ehrlicherweise immer noch nicht ganz sicher. Natürlich, es gibt jetzt die announced Partnerschaft zusammen mit Hyundai und man möchte da in diesem Bereich ja vorstoßen und dort eben auch mitmischen. Die spannende Frage, die sich da bei mir direkt stellt, ist, okay, worum geht es Apple eigentlich, wenn sie dort Autos herstellen lassen möchten oder die Software dafür liefern möchten und so weiter. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an McDonalds und Ray Kroc, ja, wo er eigentlich die Immobilien als Hintergedanken hatte und dann am Ende gesagt hat, okay, wir verkaufen halt Burger, ja. Und so ein bisschen hat das was auch für mich, weil ich glaube nicht unbedingt, dass Apple vordergründig daran interessiert ist, unbedingt in dieses Geschäft Autos bauen einzusteigen, sondern dass es darum geht, okay, wenn Autos denn autonom fahren können, bedeutet das ja automatisch auch, dass die Menschen deutlich mehr Zeit haben. Wenn ich nicht am Steuer sitzen muss, sondern wirklich Zeit habe, mich auf einem Meeting vorzubereiten, eine Serie zu gucken, vielleicht an Zoom-Meetings teilzunehmen, mit der Familie zu chatten, was auch immer. Und das sind ja Bereiche, wo wir heute im Prinzip keine Freizeit haben oder eine schlechte, eingeschränkte Freizeit. Und das könnte eben eine große Möglichkeit sein, eben über dieses, ich nenne es mal, ja, diesen Mittelweg über das Auto, dort zusätzliche Freizeit auch zu kreieren. Und kann es mir echt vorstellen, dass wir zukünftig irgendwann auch autonome Fahrzeuge eben haben, wo wir vielleicht riesige Screens auch innerhalb des Fahrzeugs dann nochmal haben, wo es gar nicht darum geht, ich achte auf einen Verkehr oder Sonstiges, es wird noch einige Jahre mit Sicherheit dauern, aber ich kann dort eben wichtige Termine erledigen, Spiele spielen oder Sonstiges. Und ich glaube eben, dass Apple genau da sein möchte, um den Menschen auch dort dann wieder abzuholen und dieses Feld eben nicht anderen überlassen will. Und da geht es für mich gar nicht so sehr um das Thema Auto an sich, sondern eher wirklich, wie kann ich da eine Service-Dienstleistung am Ende erstellen, um weiterhin nah am Kunden dran zu bleiben. Und wenn ich dann überlege, die Geräte funktionieren alle wunderbar miteinander und ich kann dann von meinem iPhone bestimmte Sachen eben auf so einen großen Screen innerhalb des Autos werfen, dann ist das schon eine enorme Erleichterung. Es gibt selbstverständlich große Risiken auch in dem Geschäftsfeld, wenn das ganze Thema floppt, man viel Geld investiert und das dann alles am Ende ja nicht so ganz funktioniert. Das ist ganz klar. Falls man da sehr, sehr gut unterwegs ist, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass die Zukunft dann ein Stück weit so aussehen wird, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und ich denke, noch ein ganz wichtiger Faktor ist Make or Buy. Also wie sieht diese Zusammenarbeit mit Hyundai aus? Hat man vielleicht auch noch andere Partner? Oder ist man dann zukünftig, oder ist die Ambition, Service-Partner zukünftig zu sein und dann bestimmte, ja, oder Service- und Software-Partner zu sein und dann die Software dementsprechend für möglichst viele Autos bereitzustellen, vielleicht dann auch in Zusammenarbeit mit einer Mercedes oder mit wem auch immer, um da die Möglichkeiten zu haben? Oder habe ich irgendwann die Möglichkeit als Mensch sogar zu sagen, okay, ich hätte gerne jetzt Auto XY und ich hätte es gerne, keine Ahnung, mit einer Windows-Software. Die anderen würden sagen, nee, ich hätte gerne einfach Android. Und der Nächste sagt, ich hätte gerne mein Auto mit einer Apple-Software und dass man das vielleicht zukünftig irgendwann mal, ja, sogar auswählen kann. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld und ich freue mich darauf zu sehen, was sich da bei Apple in den nächsten Jahren auf jeden Fall bewegt. Ich habe es jetzt hier so schön genannt, Apple Up Your Life, Service-Dienstleister und Weltveränderer und ich glaube wirklich, dass Apples größte Ambition ist, den Menschen eben überall zu begleiten. Ja, für sie ist das Thema Datensicherheit ja nach wie vor immer ein sehr, sehr wichtiges und sie werben auch damit und ich denke, das ist auch, ja, natürlich ist Datensicherheit wichtig, aber es ist auch sehr, sehr clever, so offensiv damit zu werben, weil wenn man irgendwann in das komplette Leben eines Menschen eintauchen möchte und es wirklich von Anfang bis Ende begleiten möchte, dann sollten die Menschen auch zumindest das Gefühl haben, dass die Daten da sicher sind. Ich glaube, in dem Thema Smart Screens steckt unfassbar viel noch drin in der Zukunft, sei es in der Küche, wo man dann einen Smart Screen hat, ob man dann vielleicht auch hier, ich trage ja eine normale Brille, dass man irgendwann auch in Brillen zusätzliche Screens haben wird, in Autoscreens haben wird und dann dort eben Software- und Service-Dienstleister zu sein und zu gucken, okay, ich bin mit meiner Software immer da, wo mich der Kunde sucht und verbinde die Geräte so gut miteinander, dass der Konsument da eben ein einwandfreies Erlebnis hat. Healthcare und Elektromobilität hatten wir ja eben beides schon so ein bisschen angeteasert, wo man sehen kann, okay, wie könnte da die potenzielle Richtung eben ausschauen, gerade Healthcare finde ich persönlich super spannend, ja, wenn du dann irgendwann eine persönliche Krankenakte bei Apple hast und man muss auch sagen, die Firma hat ja einen enorm hohen Free-Cash-Flow und darüber hinaus auch derzeit 102 Milliarden Dollar Cash-Reserven, was ja unfassbar viel ist, das heißt auch da gibt es genug, ja, Geld und genug Möglichkeiten, um in diese verschiedenen Bereiche weiter reinzugehen, auch komplett neue Bereiche auch eben zu erschließen. Nochmal so ein bisschen meine Einschätzung zu dem Ganzen, als allererstes, es ist die Frage, wollen wir das oder möchte das der Mensch eigentlich, dass das Leben irgendwann von einer Firma so komplett getrackt wird, dass man fast gläsern ist, ja, man kann sich ja auch überlegen, wenn man in diesem Healthcare-Bereich dann alle Daten hat, dann mit Versicherungen zusammenzuarbeiten und dass du dann, wenn du dich genau an diese Dinge hältst, die der Health-Coach dann sagt, dass du dann Rabatte kriegst bei deiner Versicherung und so weiter. Also ich glaube, das kann man noch deutlich, ja, weiterspinnen. Für mich ist, glaube ich, klar, Apple wird in unser aller Leben zukünftig noch deutlich relevanter und dass die Ambition aus meiner Perspektive ganz klar ist, ein Lebensbegleiter vom ersten Tag auf der Welt bis zum letzten Tag eben ist und so wie man es rechts jetzt hier stehen hat, hole das Beste aus deinem iPhone mit diesen Free-Services, kann ich mir auch vorstellen, dass da zukünftig vielleicht irgendwann mal stehen wird, ja, hol das Beste aus deinem Leben und dass Apple dann eben für jeden Lebensbereich etwas Passendes für einen, der selbst parat hält. Ich denke auch, dass all diese Entwicklungen eben Auswirkungen auf operative Kennzahlen haben werden, ganz klar. Ich kann mir sehr gut vorstellen, aktuell hat man ja unfassbar gute Margen, dass man zukünftig da ja es auch in Kauf nimmt, rückläufige Margen zu haben, um eben diesen kompletten Lebens-Mensch-Lebenszyklus irgendwie abzubilden. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir zukünftig auch weitere Umsatz- und Gewinnsteigerungen haben werden. Und was man bei Apple nie vergessen darf, die sind ja tendenziell immer relativ, ja, ordentlich bewertet. Wenn irgendwann das Wachstum wirklich mal ausbleiben sollte, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Aktie mal stärker korrigieren wird und auch vielleicht langfristiger korrigieren wird. Wenn die Ambition von Apple aber das ist, was ich jetzt hier aufgezeigt habe, und man hat eben genügend Cash, kann ich mir wirklich vorstellen, dass da auch weiterhin Umsatz- und Gewinnwachstum folgen wird. Margen wird man dann sehen, je nachdem welche Geschäftsfelder vielleicht auch zuerst erschlossen werden. Aber das war jetzt mal, ja, so insgesamt meine persönliche Einschätzung zu Apple. Das war heute mal ein bisschen anderes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wünscht, dass ich zukünftig öfters mal so etwas, ja, tiefgründigere Analysen mache und mir das Unternehmen mal genauer anschaue und mal so meine Meinung dazu kundtue, gerade was die Zukunftsperspektiven und die Zukunftsaussichten betrifft, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne ein Like da lassen und ein Abo, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin und bleibt gesund. Euer Sven.